dieser ford galaxy ist hier zum verkauf angeboten sieben personen haben in diesem großen silbernen fünftürigen bin platz der ven besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp physio fix kindersitz befestigung navigationssystem partikelfilter dachrailing und noch vieles mehr das automatikgetriebe überträgt einer leistung von 150 ps der angegebene verbrauch des diesel beläuft sich auf 5,4 liter pro 100 kilometer der online preis des wagens beläuft sich auf 35.440 euro kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen autohaus kökler ständig 1000 ford auf lager größte auswahl bester preis so 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 Bis zum nächsten Mal.